Was ist denn los mit dir? Findest du das eigentlich gut, deine Häste hier abzuziehen? Oh man... Zu dir komm ich noch mal ins Team Oh Gott, das ist mir langsam echt gut angenommen Ja, alles gut Willst du noch mal? Du hast die Chance noch mal zu gewinnen Es sei denn du sagst, du traust dich nicht mehr Ich geh auch hier oben Das kennen wir tatsächlich noch gar nicht Das ist ein ganz neues Kernkraft Ich bin ruhig voll Oh man, selbst das kann er nicht Ich komm ihn hoch Lass doch mal deinen Bruder gewinnen Brauch kein Mitleid Ich schaff das alleine Aber danke Oh man Verdammt Aber vor allem jetzt, ich spiele ja sogar noch jemand anders mit, der nicht gewinnt Das heißt, ich hab auch echten Lauf Ich hab halt wirklich einen Lauf Okay, das ist ganz neu Das hab ich noch nie gespielt Wo starten wir denn? Ich weiß gar nicht, wo der Start ist Ich mach mal hier eins will Ach da, und? Ach wir waren mit dem Lift hoch Oh Julian, willst du jetzt schon aufgeben? Tschüss Julian, machs gut Was hast du? Oh, ich hab ein Lübpferd freigeschaut Das ist wahrscheinlich zu einfach, oder? Noi Ey, ich hab hier hart gekippt Mega easy hier Habst du hier gestorben? Ne, da steht noch da unten Ich hab hier gerade Tophie ist kein guter Gastgeber beim Livestream Ne Ja genau Als guter Gastgeber muss ich mal seine Gäste immer gewinnen lassen, ne? Ah verdammt Ja das ist... Sobald alle ins Ziel kommen, ist zu einfach Oh ja, wieder Feuer Dann spielen wir so Auch im Privatleben Ich spiele hier jetzt zum Beispiel auch gerade mit dem Feuer Weil ich gegen meinen Bruder hier gewinne Und der lässt mich das nachher spüren Der verprügelt mich nachher wieder Was? Was? So war das schon immer Tschüss Julian Tschüss Das sind wir vor Ort Aber Hilfe Hilfe Ich hab so lieb Ich hab so lieb Und jetzt? Ich hab auch Ähm, okay Der einzige Ist denn heute los? Sobald geht der eigentlich immer Oh mein Gott, das sieht jetzt einfach zu geil aus, dass er immer da runterkutscht. Das ist jetzt echt fies, ne, mit dem Film. Tschüss. Schon wieder gestorben? Ich hab so runtergefallen, weißt du wie ich das geschafft hab. Wieso machst du denn immer so laute Geräusche beim Sterben? Oh, Aua! Jawoll. Volle meine volle. Das ist die Punkte. Stirb doch mal leise. Hä? Hä, wieso ist der jetzt? Der Feuer war doch noch gar nicht da. Ach nee, das war glaub ich zeitversetzt manchmal, ne? Deswegen auch dieses runterrutschen hier. Das Feuer. Wir machen es brutal jetzt hier. Das neue Update von Party Endates ist 1,6 Gigabyte groß. Lade es gerade, oh. Äh, okay. Und das ist vor allem jetzt das neue. Das habe ich wahrscheinlich noch gar nicht. Neue Update. Ich hab das vorige Update. Das heißt, es kann sein, dass ich das... Wobei die doppelt so viel muss ich ja nicht benutzen. Das ist noch nichts. Mir klebt das Geld auch. Aber ja, guck mal zu einfach. Komm alle hoch. Komm alle hoch. Komm alle hoch. Komm alle hoch. Außer Münze. Außer Münze. Ja, gut. Entschuldigung. Ja, ja. Nehm das da. Ist zu einfach heute. Der Einzige, der es weiß. Ich werde nicht verlieren. Ihr seid zu gut. Das ist alles zu einfach. Guck mal. Warum seid ihr denn vor? Die ganze Zeit gestorben. Jetzt kriegt ihr es hin. Was ist los mit euch? Kräfte gespart. Ich hab mir sowas schönes ausgedacht. Alter. So richtig. Oh. One-Punch-Toffen. Nein. 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 Oh Gott. Ich hab mich zerquetscht. Nein. Ja, meine Falle hat dich irritiert. Aber letztendlich getötet hätte ich was anderes. Mann, oh. Jetzt kriegt der Punkt gut. Ja, Julian gönn ich's, aber die nicht. Ah. Oh. Ich hab heute so oft gewonnen. So langsam. Es ist ja langweilig geworden. Die ganze Zeit immer nur zu gewinnen. Nein. Ich... Ich wollte noch mal. Ich muss anderes nehmen. Hm. Ja. Ich hab eine richtige Strategie jetzt entwickelt. Und die wird sich jetzt... Die wird jetzt Früchte tragen. Das sag ich mir nicht. Ich werde der Typ mehr für mich. Ich werde jetzt richtig Früchte tragen. Ich hab ... Ich bin wieder zu langsam im Augenwald meinem Wunder. Aber ... Ich werde auch fast Hilfe. Hahaha. PPima Petra Ja. Du willst, dass ich jetzt da hochspringe, damit du so sofort hoch sprigst. Geh doch. Diggangen, los! Eine steckte ... Ich dachte, ich springe auf das Ding drauf. Ihr macht das wunderbar. Ich dachte, ich springe auf den Kopf, Mann. Der Underdog. Alter, was? Übertrieben. Ich brauche eine Bombe da. Keine Ahnung, was die bringt. Ich bin nicht gerne in Fabriken, Leute. Ich bin ein Mensch, der gerne in der freien Natur ist. Das ist mir alles zu mechanisch. Weee, was ist denn da los? Meine Kanone funktioniert gar nicht. Ich bin zerquitscht. Ich bin einfach zerquitscht. Ich habe es geschafft. Hihi. Yay. Wenn ich jetzt wieder gewinne, was kriege ich das? Shanti, schönen guten Abend wünsche ich dir auch. Beep, 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 beep. Hast du das Wagen? Ja. Bei Julia sieht immer schön aus, dass er abhaut. Wieso gehst du denn nicht weg? Wie will man dann steigen? Oh, scheiße. Ich habe mich gerade selber in die Schöne ohne geschossen. Shanti, danke, dass du da warst. Ciao. Julia, gib alles. Komm. Ja, jetzt kannst du es wieder schaffen. Hast du es jetzt gewonnen? Könnte sogar sein, ne? Von den Punkten. Ah. Ah, ganz knapp. Fehlt nicht mehr viel. Noch drei Runden haben wir. Jetzt muss ich aber wirklich. Ich muss Gas geben. So. Guck mal. Ich werde es euch versauen, indem ich hier oben, da wird es glitschig und dann schafft ihr es nicht ins Ziel. Oh Gott, Alter, was ist das? Nein! Oh Gott! Wer hat denn das blöde Ding da hingesetzt? Oh Gott, dann musst du einen ausgeben, muss ich, wenn ich gewinne. Hör, wieso denn? Ich habe doch gewonnen, wieso muss ich dann einen ausgeben? Das muss weg. Äh, ich wollte das haben! Aber nehme ich halt die Kiste. Toll. Ja. Dann mache ich hier drunten von der Kiste. Ah. Die will jetzt keiner, das wird keiner hinkriegen. Weil die Kiste da ist. Das ist voll schwer jetzt. Drunten kann oben. Nicht nochmal. Ich bin auch nur mal sicher. Ich lasse mir Zeit. Kacke, ich habe zugebaut. Hihii. Haha. Aber... Du kannst gleich wieder. Jetzt geht er wieder fokus auf dich. Hast du jetzt zu? Ja, du kannst ja auch ausmachen laufen, so wo ich gelaufen bin. Gibt es dir überhaupt Tipps? Mach mal nur. Kannst du auch in die Feuerdinger springen, ne? Sprich mal die Bombe. Sieht bestimmt lustig aus. Guck mal, Achtung mein Eis. Achtung, Achtung mein Eis. Huch. Bomm war knapp. Ich habe gewonnen. Ich werde super sehen, was ich für ein netter Gast bin, dass ich dich einfach den ganzen Tag schon gewinnen lasse. Alter, das geht so geil. Ich habe nur nicht einmal verloren heute. Was ist denn los? Was ist denn los? Es ist...